Und da trage ich die Verantwortung für mein Kind und sage, auf gar keinen Fall kann ich dir mein Kind geben. Ich meine, der könnte ja auch mal mit Max und Chris dann Fußball spielen gehen oder so. Er ist da in einem Trott drin, aus dem er selber nicht rauskommt, aber vielleicht sogar professionelle Hilfe vielleicht mal gebrauchen könnte. Wie Carina Spackgeschichte, aber ja, gefühlt hat sich schon mal jeder da drüber gelegt. Was geht ab, Freunde? Wir kommen heute wieder zu einer neuen Podcast-Reaction. Hier auf diesem Kanal und heute zu Nothing But The Truth. Also meine Englischlehrerin wäre stolz auf mich, wie ich das gerade ausgesprochen habe. Heißt ungefähr so viel wie Nichts Als Die Wahrheit. Euren Podcast-Name, der mir auf jeden Fall noch nicht bekannt vorkommt. Nichts Als Die Wahrheit. Ich hatte ja schon auf ein Statement reagiert von Eva. Blende ich euch mal ein hier. Und da hatte die den Podcast ja auch schon angekündigt. Und der soll scheinbar ziemlich krass werden. Und deswegen dachte ich mir, müssen wir da natürlich mal zusammen reinhören. Also wird hier um Chris gehen. Also um mich. Und ich bin mal gespannt, welche Wahrheit hier so ans Licht kommt. Ganzer Podcast ist natürlich unten verlinkt. Also ich denke, ich werde da jetzt nicht komplett drauf reagieren. So einfach auf die wichtigsten Dinge davon. Und ansonsten könnt ihr natürlich gerne noch ein Like und ein Abo dalassen. Viel Spaß mit der Reaction und damit let's go. Ich habe ganz viel auf dem Herzen. Und ich glaube, dass es bei euch auch schon Ewigkeiten irgendwie im Gedächtnis sitzt. Und ihr gewisse Dinge einfach ständig fragt über eine sehr private Thematik. Und heute habe ich einfach mal beschlossen, Eva, lass es raus. Ja, da kann die Eva, glaube ich, hier in unsere Köpfe reinschauen, oder? Hat ihr natürlich recht, ist schon sehr lange Thema. Also ich erinnere mich ja immer noch an The Real Life. Und das ist schon wirklich mega lange her. Da war das ja auch immer Thema mit Chris, mit dem Sohn auch und Eva natürlich. Dann hatten wir irgendwann ja auch mal Eating With My Ex. Da könnt ihr auch gerne nochmal vorbeischauen. Ist auch schon ein bisschen älter wieder. Und ja, irgendwie so 100% habe ich immer das Gefühl gehabt, dass man die Story irgendwie nicht versteht. Beziehungsweise bei The Real Life wurde das halt immer so dargestellt, dass, und vielleicht ist es ja auch so, das erfahren wir dann vielleicht heute, dass Chris den Sohn einfach nicht sehen darf und sie ihm das verbietet. Irgendwie so einen richtigen Grund oder so gab es auch nicht. Also ich habe das nie verstanden. War aber natürlich halt seine Sichtweise. Sie war da nicht oft dabei. Und jetzt haben wir halt nur ihre. Also die von beiden mal zusammen. Das wäre eigentlich auch eine Idee gewesen, den Podcast einfach mit Chris zu machen. Oder mit dem Chris hier. Ich habe lange Zeit gebraucht, um mir darüber meine Gedanken zu machen und diesen Entschluss zu fassen, halt heute endlich mal mit der Sprache rauszurücken. Und zwar geht es um das Thema Chris, der Papa meines Sohnes und was eigentlich in den letzten Jahren alles so passiert ist und wie der aktuelle Stand ist, warum, wieso und weshalb. Ihr habt mir ein paar Fragen gestellt, die habe ich alle heute da und werde versuchen, die ein oder andere Frage hier zu beantworten. Ja, wenn ich das gewusst hätte, dass man da auch Fragen stellen kann, dann hätte ich da natürlich mal den Katalog rüber geschickt. Aber wusste ich halt leider nicht. Wie die meisten von euch bereits mitbekommen hatten, haben wir uns ja 2021 getrennt. Ich möchte gar nicht viel über die Vergangenheit sprechen. Und da war ich im siebten Monat schwanger. Wir hatten auch eine sehr, sehr schwierige Zeit zu dem Zeitpunkt, was danach einfach auch folgte. Zum einen war das für mich halt psychisch einfach eine wahnsinnige Belastung und hat mir unglaublich wehgetan und auch viele, viele, viele Nerven gekostet. Kurz gesagt, mir wurde der Boden unter den Füßen weggezogen, als das alles passierte. Und ich bin mittlerweile allerdings auch sehr froh, so wie die Dinge halt einfach passiert sind und dass wir getrennte Wege gehen. Weil ich glaube nicht, dass wir eine gesunde Basis hätten, einfach auch menschlich gesehen. Glaube ich nicht, dass wir da auf einem Level sind. Alles, was mich interessiert, ist mein Kind, das Wohl meines Kindes. Auch wenn ich damals wirklich, als er schon auf die Welt kam, 2021 im Juni, da war ich schon immer so zu Chris, auch aufgrund meiner Familie, meiner Freunde, die immer gesagt haben, Weißt du, Eva, das ist eben der Papa und schau, dass er das Kind sehen darf, dass er immer Zugang zu dem Kind hat. Und genau so war es auch. Meine Türen standen ihm immer offen. Er durfte auch bei uns sogar übernachten, was ich halt vorgeschlagen hatte, weil welche Mutter gibt ein Wochen- oder Monate altes Kind einfach dem Papa ab, der noch 50 Kilometer weit weg wohnt, während sie halt stillt. Das ist ja absurd. Das würde ja niemand machen. Aber wir wissen ja alle, wie wichtig das Bonding ist, gerade in der Anfangszeit mit Kindern. Und genau das wollte ich ihm auch geben. Aber ich kann nichts dafür, wenn die andere Seite einfach das Ganze nicht möchte und mit der Situation nicht zurechtkam, dass die Trennung öffentlich war. Also es gab viel, was eigentlich eher so ein Ego-Ding war von seiner Seite, als einfach nur über das Kind nachzudenken. Und das hat sich auch monatelang so gezogen. Im Oktober 2021 musste ich sogar einen Vaterschaftstest machen, wo ich mich einfach nur gefragt habe, okay, welche Frau würde so leiden oder so ein Hehl draus machen und so ein Theater und am Boden zerstört sein, wenn du nicht der Vater gewesen wärst. Aber ja. Da bin ich mal gespannt, was ihr dazu kommentiert. Also ich muss sagen, ich finde das jetzt gar nicht mal so absurd. Beziehungsweise muss das ja jeder selbst wissen, ob er das möchte oder nicht. Also ich denke mal, das steht einem ja auch zu, das zu machen. Glaube ich zumindest. Wenn nicht, dann korrigiert mich da natürlich gerne. Was wir auf jeden Fall mal festhalten können hier, dass er am Anfang eigentlich den Sohn hätte besuchen dürfen, es scheinbar aber nicht wollte. Also das ist ja jetzt noch alles, bevor dann das bei The Real Life und so war. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit dann da dazwischen liegt. Kommen wir vielleicht auch noch dazu. Auf jeden Fall wollte er es scheinbar erst mal nicht. So wie ich jetzt vermuten würde, später dann aber wahrscheinlich schon. Also beziehungsweise wie man halt eben von The Real Life drauf schließen kann. Außer er wollte das nur für The Real Life. Keine Ahnung. Whatever. Ich glaube, viele zerreißen sich darüber das Maul, beziehungsweise haben sich das Maul zerrissen. Nicht nur bei mir, sondern bei ganz vielen anderen auch. Und das ist halt eben der Standard unserer Gesellschaft. Aber nur die Beteiligten wissen einfach, was die Wahrheit ist. Natürlich 99. Nichts als die Wahrheit. Natürlich. 50,9 Prozent, das Kind ist deins. Alles, was ich mir für meinen Sohn einfach immer gewünscht habe, war natürlich eine Familie. Weil ich selber ein Scheidungskind bin und das eigentlich schon sehr früh. Mit eineinhalb Jahren haben sich meine Eltern getrennt. Und meine Mutter hat immer meinen Papa zugelassen. Ich durfte immer meinen Papa sehen. Ich durfte mit ihm verreisen. Ich durfte meine Familie in Griechenland sehen. Auch wenn das die Familie von meinem Papa war. Aber da, was zwischen zwei Eltern ist, das darf nicht dem Kind im Wege stehen. Ja, das war glaube ich auch das, was ich immer meinte bei The Real Life. Also das Kind kann ja nichts dafür. Und dann sollten die Eltern das natürlich auch hinbekommen. Da werden die sich bestimmt auch freuen, wenn die hier meine Tipps dazu hören. Aber nee, ich kenne das auch aus meiner, also von meinen Eltern. Deswegen denke ich, kann ich das auch ein bisschen beurteilen. Irgendwann nach dem Vaterschaftstest kamen dann auch die Phasen, wo er den Kleinen besucht. Und tatsächlich hatten wir auch im Jahr 2023 dann ein ziemlich gutes Verhältnis. Ich überspringe jetzt einfach mal die ganzen negativen Dinge, die zwischen 2021 und 2022 halt passierten. Die sind glaube ich mittlerweile vergessen, weil dem Kleinen ging es gut. Und egal was Chris bei Be Real oder Real Life, wie auch immer es da früher hieß, erzählt hatte über mich, auch als ich dann ein, zweimal dabei war, hatte er immer ein schlechtes Wort und ein böses Wort auf der Zunge für mich. Und dann habe ich halt auch gesagt, okay, that's it, wir drehen nicht mehr zusammen, obwohl ich immer nur das Gute finden wollte. Ja, muss man sagen, halt trotzdem schade, dass wir den jetzt nicht auch dazu hören. Also da reagiert jetzt leider auch der falsche Chris darauf. Nee, vielleicht könnte der ja auch mal in seinem Twitch-Stream oder so drauf reagieren. Es würde mich halt interessieren, wie er das sieht. Weil, wie ich halt schon meinte am Anfang, man hört halt immer nur eine Meinung dazu. Und ja, was die andere Person jetzt dazu sagen würde, weiß man halt nicht. Februar, März war es, glaube ich, Ende Februar, Anfang März, eine Veranstaltung gemeinsam hatten in Kassel. Und dort war auch der Matthias Mann Japane bei. Weil irgendwie haben Chris und ich uns da freundschaftlich zusammengerauft. Und wir konnten auch miteinander lachen und vor allem auch für den Kleinen. Ja, also uns war es immer wichtig. Und da sage ich auch ganz gezielt uns, weil ich glaube, dass wir da auf jeden Fall die gleichen Ansichten haben, vor dem Kleinen nicht zu streiten, nicht zu diskutieren, sondern mit ihm gemeinsam wirklich spielen zu können, lachen zu können. Und wir sitzen auch gemeinsam am Tisch. Er ist bei uns zu Hause, wir sitzen am Tisch zusammen, wir essen zusammen. Und das ist das, worauf ich halt immer Wert gelegt habe. Ja, das ist auch wichtig. Muss man natürlich dazu sagen, wenn der mal ein bisschen größer ist, dann wird er sich das halt trotzdem alles schön anschauen können. Egal ob Be Real oder Real Life oder, keine Ahnung, hier den Podcast oder was auch immer. Und ja, wird das trotzdem dann mitbekommen, wie das früher war. Also das finde ich halt auch immer trotzdem so komisch einfach. Stellt euch das mal vor. Ihr könnt einfach so eure Eltern im Internet eingeben und dann kommt so die Schlammschlacht quasi zwischen denen. Könnt ihr euch genau anschauen, wann was passiert ist und so. Das finde ich irgendwie, weiß ich, finde ich ganz, ganz komisch. Haben wir auch gesagt, okay, wir fahren gemeinsam nach Kassel. Das haben wir gemacht. Das war eine Party, auf die wir eingeladen wurden. Und jetzt kommt das große Geheimnis, was ohnehin jetzt, glaube ich, gelüftet ist durch die Sendung The Fifty. Es war tatsächlich so, dass sich wieder etwas zwischen uns angebandelt hatte. Und es war auch dann der Abend, wo wir da waren und halt auch was miteinander hatten. Und das war der Beginn von einem längeren Hin und Her, von einer anderen Art und Weise der Vertrautheit. Aber für mich war auch klar, es ist nicht mehr als das Körperliche und die Gewohnheit, die man hatte. Also nicht mehr, dass ich mir eine Beziehung oder sowas nochmal hätte vorstellen können. Aber wir hatten halt was miteinander und das monatelang, bis dann auch im August die Sendung und die Dreharbeiten eben von The Fifty kamen. Und kurz davor hatten wir auch noch etwas. Und jetzt kommt nämlich der ärgerliche Punkt, weshalb ich mich auch dazu entschlossen habe, endlich darüber zu sprechen. Der liebe Serkan, der war ja auch dort Teilnehmer und hat Chris und mich eben da zur Seite genommen und uns nebeneinander gesetzt. Und er wusste, dass zwischen uns beiden was läuft. Er wusste, dass wir uns wieder gut verstehen. Genauso auch wie Matthias Manjapan das wusste oder Julia Siegel das wussten, weil es einfach meine Vertrauten waren noch von damals wegen KDRS. Und wir haben uns anvertraut, wir haben darüber geredet und mit irgendjemandem meiner Freundin muss ich ja auch drüber sprechen können. Nun ja, er setzte uns dann zusammen und... Da will ich jetzt natürlich auch kein Urteil drüber fällen, aber da könnt ihr auch gerne nochmal die Reaction auf das Statement anschauen. Was ich vorhin ja schon meinte, da ging es nämlich auch um Freunde und so, also um die Freundschaften. Und ja, ne, also ist halt immer so eine Sache irgendwie. Gerade glaube ich bei Leuten, die in demselben Business da unterwegs sind, vielleicht ein bisschen schwierig. Sagte, hey, wollt ihr es nicht nochmal probieren? Das wäre doch richtig cool und ihr versteht euch doch jetzt wieder so gut. Und wisst ihr, was seine Antwort war? Ja, da muss man natürlich erstmal dazu sagen, das war hier der Puppenspieler, Serkan. Dazu links hat er Chris in der Hand gehabt und rechts Eva. Und man wollte eher so die Puppen zusammen tanzen lassen. Ich hoffe, dass sie bei The 50 ausgestrahlt wird und ausgestrahlt wurde, denn ich erzähle euch das alles jetzt aktuell, bevor das alles rauskommt. Aber ich hoffe, dass es gezeigt wird. Er sagte tatsächlich... Fun Fact wurde es, glaube ich, nicht. Also zumindest den Stories eben nach von letztens wurde es nicht gezeigt. Während er noch was mit mir hatte, zu unserem gemeinsamen Kumpel... Ey, Bro, aufgewärmter Gulasch schmeckt nicht. Willst du mich verarschen? Ja, ich sag euch ehrlich, also das ist jetzt natürlich keine Entschuldigung, ja. Aber bei Chris, wenn ich da auch an Be Real zurückdenke, wie der da die Folgen über auf dem Sofa hing... Ich weiß nicht, ob der das immer so mitbekommt, was der da eigentlich macht oder sagt. Also da hatte ich auch einen ganz komischen Eindruck irgendwie von ihm. Aber gut, er wird natürlich gut angekommen sein, oder? Der Gulasch-Vergleich, der schmeckt doch, oder? Bist du für ein Mensch? Nicht mal, was bist du für ein Mann? Das ist komplett raus. Aber wie kannst du so eine Respektlosigkeit an den Tag legen und über mich so etwas zu sagen? Zum einen, okay, wir haben was. Aber ich bin nicht irgendeine, sondern ich bin die Mutter deines Kindes. Und du nennst mich, du nennst mich aufgewärmter Gulasch. Und das I-Töpfelchen dieser ganzen Geschichte ist, dass er es auch noch leugnet, dass etwas zwischen uns gelaufen ist. Ich habe Beweise, Nachrichten, Fotos. Es ist alles da und Freunde, denen ich immer konstant das Ganze erklärt und erzählt habe. Das ist wirklich eine ganz komische Story, Freunde. Das ist eine ganz komische Nummer hier. Ich sage es euch, ich bin so gespannt, was ihr dazu kommentiert. Ist natürlich blöd, weil wir wissen halt nicht, ob das so passiert ist oder nicht. Also ich würde dir jetzt mal glauben dabei, aber es wurde halt leider nicht ausgestrahlt. Ich stehe ja als Depp da, weil ich mir angeblich ja sowas ausgedacht hätte. Ich würde mir niemals ausdenken, dass ich mit meinem Ex und dem Vater meines Kindes was am Laufen habe. Ich habe es geheim gehalten, weil wir das genauso wollten. Aber sorry, bei aufgewärmter Gulasch ist bei mir Schluss mit Geheimnissen. Also dann kommt die Wahrheit auf den Tisch. Und dann kann ich halt auch niemanden schützen oder retten. Nun, das war der erste Cut zwischen uns beiden, obwohl wir natürlich auch als Eltern gesagt haben, geil, wir haben jetzt eine Sendung zusammen, wir reißen uns zusammen, lass uns ein Team sein, was jede normale Eltern, Partnerschaft, wie auch immer, wir sind ein Team. Wir sind ein Team für unser Kind und wir wollen dieses Ding auch gewinnen für unser Kind. Am Ende des Tages ist alles, was wir machen oder was ich mache zumindest, ist für meinen Sohn. Und nicht, weil ich Bock habe, in einem Format gerade rumzupfen, weil ich nichts Besseres zu tun habe. Ich verzichte in dieser Zeit darauf, mit meinem Kind zu sein, gewisse Momente zu verpassen. Bei kleinen Kindern entsteht jeden Tag irgendwas Neues. Und ich habe es für meinen Sohn gemacht. Und er hat diesen Deal gebrochen, denn er hat sich auch nach dieser Diskussion von mir abgewendet. Er war da in seiner Clique mit den Jungs und war halt nochmal mit den Single-Typen, Party-Typen unterwegs. Er hat zum Teil auch ein paar, die jünger sind als er und halt mit dem einen oder anderen Mädel. Oh, na, also wenn die jünger sind als er, ne, dann ist es wirklich vorbei, Freunde. Sag ich euch, wie es ist. Ja, weiß ich irgendwie nicht. Also, ist ja ein guter Gedanke mit dem als Team und so. Aber ich wüsste jetzt nicht, warum es das ausschließt, dass er auch mit anderen Leuten da, die er wahrscheinlich ja auch schon vorher kannte, mit den Single-Typen, die auch noch jünger sind als er, warum er dann mit denen da nicht rumhängen dürfte. Das verstehe ich halt nicht. Da müssen aber auch unter anderem die Typen, glaube ich, sein aus der Zocker-WG. Ich habe gestern noch wegen dem anderen Video den Screenshot gesucht. Ich habe es leider nicht gefunden, aber da hat sie auf jeden Fall mal auch ordentlich gegen ihn geschossen. Und halt mit dem einen oder anderen Mädel. Und da kommen wir auch zu einer anderen Geschichte und zwar die Carina-Spack-Geschichte. Aber die will ich jetzt hier nicht ausbreiten. Und sie war damals eine Freundin von mir, bevor ich mit Chris zusammenkam und erzählte mir, als sie dann von mir erfuhr, dass ich mit Chris zusammen bin, erzählte sie mir, boah, der hat mir voll geschrieben und der will sich mit mir treffen und mit mir essen gehen. Danach hatten wir natürlich nicht mehr wirklich viel was zu tun. Sie wollte immer wieder, da war sie noch mit Serkan zusammen, dass wir halt zu viert irgendwie was unternehmen. Aber für mich war es halt cringe, sowas zu machen. Und dann habe ich es halt auch nicht gemacht und das fand sie dann nicht so cool. Funkstille. Und dann, als ich dann von ihm verlassen wurde, war sie einer der Ersten, die mich anrief und fragte, hey, geht es dir gut und kann ich irgendwas machen, kann ich helfen? Hat mir eigentlich wieder eine Freundschaft so vorgespielt, danach war wieder nichts. Und dann, als wir bei The 50 dann gegenüberstanden, haben wir uns gesagt, okay, lass uns doch hier einfach einen Neuanfang machen, okay. Ich mag dich, ich habe nichts gegen dich. Unsere Leben haben sich komplett geändert und da hat sie halt dem Ganzen auch zugestimmt und wir waren auch in einem Zimmer zusammen bei The 50. Und dann, nach ein paar Tagen, klebte sie dem Chris am Arsch wie Kaugummi unterm Schuh. Und ich dachte mir so, ey, was ist hier los? Ich finde es strange, du bist eigentlich meine Freundin, du weißt, was er mir angetan hat, aber hängst dann mit meinem Ex zusammen, der mich auch noch aufgewärmten Gulasch in der Sendung nannte, was mich voll verletzt hat und ich habe es halt einfach nicht verstanden. Ich habe sie zur Seite genommen, habe sie gefragt, ey, kannst du mir kurz erklären, was das ist? Sie sagte mir unter vier Augen in unserem Zimmer, das bleibt unter uns und mach dir bitte keinen Kopf, das ist alles wegen Max, weil der hat irgendwas zwischen mir und Max geschlichtet und wir verstehen uns halt gut. Also sie hatte wohl was mit Max, ja. Und, ähm... Da seht ihr mal, was hier alles rauskommt, Freunde. Ne? Nichts als die Wahrheit, natürlich. Also für mich jetzt so als Außenstehenden, da sind halt einfach auch so komplett komische Konstellationen an den Leuten. Das habe ich ja auch schon in dem anderen Video gemeint. Irgendwie gefühlt einfach, jeder hatte mal was mit jedem. Jeder war mal mit irgendjemandem dann auch befreundet und dann wieder doch nicht. Und wenn ich dann dran denke, wenn die da aufeinandertreffen, also das muss schon generell, und so kommt das nicht unbedingt rüber, aber das muss ja eigentlich so komisch für die alle sein, oder nicht? Ende vom Lied war, am nächsten Morgen, was macht Carina? Sie rennt bei Matthias und Julia ins Zimmer und erzählt, Eva ist eifersüchtig, weil ich mit Chris abhänge. Nein, ich bin nicht eifersüchtig, weil du mit Chris abhängst. Ich finde es von einer angeblichen Freundin, dass sie mir in den Rücken fällt. Das hat nichts mit Chris zu tun. Ich bin nicht eifersüchtig auf Chris oder auf irgendeine Frauensenderseite, weil ich nicht die Frauensenderseite sein möchte. Aber trotzdem hätte ich als Freundin auch Respekt davor, wenn ich weiß, dieser Mann hat noch was körperlich. Ja, da geht es ja scheinbar auch nicht um Eifersucht, sondern eher um Loyalität als Freundin. Ich ist mit dir. So, Punkt. Das ist der kurze Einschnitt darüber und mehr will ich auch gar nicht drüber sprechen. Für mich ist dieser Mensch gestorben, diese Frau, ist für mich keine Freundin. Und ja, gefühlt hat sich schon mal jeder darüber gelegt und not my thing. Ich glaube, wenn Carina den Podcast hier hört, ja, die wird, glaube ich, gar nicht erfreut sein. Da bin ich mal gespannt. Also bleibe ich natürlich mal dran für euch, wenn hier irgendwas gepostet wird oder so. Vielleicht ja jetzt neuer Beef bei denen. Neuer großer Beef. Interessiert mich auch nicht. Und ja, sage ich halt so, wie es ist. Für mich ist es kein Triumph, einer anderen Frau den Mann auszuspannen. Für mich ist es eher traurig, dass ich überhaupt einer Frau dieses Gefühl geben möchte oder geben muss für mein Ego. Nun kommen wir zurück zu Chris. Ich hatte die Thematik angesprochen. Er hat sich halt, wie gesagt, mit diesen anderen Leuten dann verbündet. Und dann kam dieses eine entscheidende Spiel, wo ich eigentlich machtlos war. Denn jeder Teilnehmer konnte das Spiel manipulieren. Und du musst es über einen Balken balancieren. Und du kannst ja selbst entscheiden, ob du das durchziehst bis zum Ende und dann in dem einen Team bist oder in dem anderen Team bist. Ja, du kannst einfach frei spielen. Und natürlich wollte jeder zu Serkan. Mein Team war das Verliererteam. Und an diesem Tag konnten sechs Leute im Schloss bleiben. Und natürlich bin ich enttäuscht und verletzt, wenn der Vater meines Kindes es nicht schafft, sich für mich einzusetzen, so wie ich mich vorher bei den Entscheidungen für ihn eingesetzt habe. Und auch immer im Leben für ihn eingesetzt habe und nie über ihn schlecht reden wollte. Deswegen gab es halt auch so lange diese Funkstille. Und dann bin ich halt rausgeflogen. Und ich habe es halt echt absolut in der Zeit gefunden, weil in dem anderen Team auch tatsächlich auch noch eine Cecilia war, wo ich dachte, okay, wir sind eigentlich auch befreundet. Ja, hier wieder gutes Stichwort. Darum ging es nämlich auch in dem Statement. Also deswegen schaut es auf jeden Fall mal an. Diese Kraft und die Dynamik, dass man sich für jemanden einsetzt, das hat mir gefehlt. Und dann war ich enttäuscht. Ja, da muss man aber dazu sagen, er hatte sich ja dann auch bei den Stimmen vergaben, hatte er sich aber ja für sie eingesetzt. Also das war das, was ich ja nicht verstanden habe, weil die hat es da auch so dargestellt. Und die anderen meinten ja auch, hä, er hat sich ja für dich eingesetzt und so. Und irgendwelche anderen haben ja dann auch wegen Chris Eva die Stimme gegeben, obwohl sie es eigentlich nicht gemacht hätten. Deswegen habe ich das irgendwie nicht so ganz verstanden, aber gut. Unser Verhältnis auch komplett tot. Also ich habe seit dieser Sendung oder Dreharbeiten nie wieder etwas mit ihm gehabt. Ich habe mich auch auf keine freundschaftlichen Geschichten eingelassen, sondern völlig neutral für mein Kind. Ja, dann unternehmen wir auch was und wir gehen in den Park und wir tun und machen, aber mehr auch nicht. Also das heißt, ich habe auch nicht mehr mit ihm privat geschrieben. Ich habe mich auf seine Anmachen nicht mehr eingelassen. Und das hat das Verhältnis zu George auch kaputt gemacht. Denn ich weiß genau, dass er im August, von August bis September, Ende September den Kleinen vielleicht zweimal gesehen hat. Und das geht nicht. An allen alleinerziehenden Müttern, da muss eine Struktur rein, oder? Wir müssen da gemeinsam arbeiten, unser Ego beiseite stellen und das mache ich. Das muss der Vater auch und sagen, ja, ich will mein Kind sehen. Naja, irgendwie ist das halt ein bisschen schwierig. Also da hat die natürlich komplett recht damit. Auch wenn ich jetzt keine alleinerziehende Mutter bin, würde ich ihr da mal zustimmen. Das Komische ist halt irgendwie, es kommt so rüber wie, einmal möchte der eine, dann möchte der andere aber nicht. Dann möchte der andere, dann möchte der eine aber wieder nicht. Und ihr wisst schon, was ich meine. Also irgendwie immer einer möchte davon halt nicht. Und ja, so kommt das irgendwie rüber. Und wenn wir jetzt zu der nächsten Thematik kommen, was sich danach alles bei ihm entwickelt hat, es ist umso schlimmer, mir vorzuwerfen, ich würde ihm das Kind nicht geben wollen, über Nacht oder mit nach Köln oder wo auch immer. Boah, da müssen jetzt aber die ganz krassen Sachen kommen. Was hat sich denn entwickelt? Das klingt irgendwie gar nicht gut, so wie sie das jetzt rübergebracht hat. Wenn er mit Jungs abhängt, die Single sind, die immer Party machen. Und er ist nicht dieser Single. Er hat eine Verantwortung, er hat eine Vaterrolle, er ist ein Vater. Und er steht in der Öffentlichkeit. Ich weiß, viele von euch sehen und verstehen, das muss man gar nicht aussprechen, was da passiert. Aber das ist für mich keine Location, wo ich sage, okay, hier fühlt sich mein Sohn geborgen. Hier gibt es eine Struktur, hier gibt es eine Ordnung in seiner Wohnung, in der er halt mittlerweile jetzt mit Max wohnt. Passiert super viel Party, super viele Mädels. Die zocken die Nächte durch. Es gibt diesen Aufbau nicht und die Routine, die ein kleines Kind im Alter von George braucht. Ich meine, der könnte ja auch mal mit Max und Chris dann Fußball spielen gehen oder so. Oder natürlich auch mit ein paar anderen Bällen. Ne, da hat die natürlich schon irgendwo recht. Also kann ich verstehen, warum sie das halt irgendwie nicht möchte. Ich weiß halt eben nur noch, damals haben die ja mal extra auch ein Zimmer eingerichtet bei Chris seiner Mom, damit der da hinkommen kann. Also ich weiß nicht, ob Chris hat dann wahrscheinlich damals auch noch dort gewohnt, aber ja, also das mit der WG kann man schon irgendwie auch verstehen, oder? Auch hier wieder, ne, bin ich gespannt, was ihr dazu kommentiert. Manchmal habe ich Chris angerufen und er war um 14 Uhr noch im Bett am Schlafen. Ja, super. George steht um 6 Uhr morgens auf. Was machst du denn dann? Ja, da ist er ja vielleicht noch wach. Ey, es tut mir leid. Also ja, eigentlich will ich da keine Witze drüber machen, so muss ich sagen. Aber was ich gerade noch sagen wollte, an sich, mit wem Chris rumhängt und so, das finde ich, das ist ja eigentlich egal. Also solange er alles unter einen Hut bringen würde oder so, wisst ihr, wenn man der Verantwortung nachkommt, dann kann man ja auch rumhängen, mit wem man möchte. Das eine hat ja mit dem anderen nicht unbedingt was zu tun. Wenn man der Verantwortung aber deshalb nicht nachgehen kann, ja, dann wird es irgendwie schwierig. Also ich weiß nicht, da kann man eigentlich nicht viel dazu sagen. Und da trage ich die Verantwortung für mein Kind und sage, auf gar keinen Fall kann ich dir mein Kind geben. Übers Wochenende schon gar nicht, wenn ich weiß, dass er schon so oft halt immer Party machen geht. Ich habe ihn schon so oft nach der Party bei mir zu Hause antanzen sehen, von meiner Haustüre mit einer Fahne oder was auch immer. Sorry, Freunde, das ist die Wahrheit. Ich will nicht schießen, aber ich will einfach, dass es aufhört, dass mir Leute vorwerfen, ich würde ihm das Kind entziehen und dass er sich die Frechheit auch noch erlaubt, in der Fragerunde über mich zu urteilen und zu sagen, nein, leider nicht. Wenn das doch so leider ist, dann komm und besuche dein Kind. Und auch wenn du von Köln nach Düsseldorf fahren musst und auch wenn du zwei Stunden hast oder eine Stunde oder 15 Minuten, das wäre mir mein Kind wert. Aber unsere Streitigkeiten und Diskussionen basieren immer darauf, dass er sagt, ich sei schuld daran, weil ich ihm das Kind nicht gebe und die Dinge hätten anders sein können, aber ich gebe ihm das Kind nicht. Ist das ein Grund zu sagen, okay, dann sehe ich mein Kind einfach gar nicht? Wo ist die Bemessung? Wo ist hier die Bemessung? Wo ist hier der Grat? Max Röhmann Lineal. Das klingt jetzt wahrscheinlich echt komisch, weil ich meine, ich höre gerade den Podcast an, drehe ein Video dazu, lade das Video auch hoch, aber auf der anderen Seite denke ich mir, also deswegen bin ich froh, dass es den Podcast gibt, auf der anderen Seite denke ich mir aber, das sind eigentlich Themen, die sollten nicht in einen Podcast. Das ist für mich purer Egoismus. Dazu kommt noch diese andere Geschichte, die er mir immer auftischt, von wegen, ja, ich habe ein Kinderzimmer für ihn und du hast es nicht zugelassen. Oh, okay, jetzt kommt das, was ich meinte. Das Kinderzimmer ist im Haus seiner Mutter, da wohnt der Chris nicht. Das Kinderzimmer ist im dritten Stock mit so einer Wendel-Holztreppe, wo noch so Lücken drin sind, ja, da war der Kleine noch viel zu klein, da war auch kein Schutzgitter, obwohl ich mal gesagt habe, bitte ein Schutzgitter, ich habe es mir selber angeguckt und wisst ihr, was passiert ist? Ich bin diese Treppen mit meinem Sohn auf dem Arm selber runtergerutscht. So glatt ist diese Treppe gewesen. Ja, hört sich abenteuerlich an. Also ich finde halt trotzdem irgendwie, egal wo das Zimmer ist, in welcher Etage, der muss ja da nicht alleine hochlaufen und so ein Gitter könnte man da ja auch hinmachen. Also egal, ob jetzt Chris oder sie zur Not so, also ich weiß nicht, ob es daran scheitern sollte. Da kann ich natürlich hier auch nur meine Hilfe anbieten. Also wenn hier ein Kindergitter benötigt wird, dann stelle ich das natürlich gerne bereit. Also wenn die sich melden, dann stelle ich denen das wirklich bereit. Also das war jetzt wirklich mein voller Ernst, weil wenn das an so einem Gitter scheitert, also dann würde auch Eva wenigstens nicht mehr runterfallen. Auf gar keinen Fall gebe ich mein Kind in seine Hände ohne meine Aufsicht. Ich habe auch angeboten, wir können gemeinsam in Köln erstmal Zeit verbringen. Auch in dem Haus der Mutter, auch in seiner Wohnung. Das haben wir auch tatsächlich, bevor die Dreharbeiten von The Fifty waren. Dann war ich mal zwei Tage bei ihm über Nacht, weil wir eine Baustelle bei uns zu Hause hatten, habe ich das gemacht und ich habe gesehen, was das Ergebnis war. Und das Ergebnis hat mir nicht gefallen. Mein Wunsch war, bitte ein neues Sofa. Das hat er auch umgesetzt. Aber ein Sofa ist nicht alles, sondern die Routine. Ja, aber alleine schon dagegen nicht anzukämpfen muss. Das tut mir leid. Es ist wirklich kein lustiges Thema hier, aber das verstehe ich irgendwie auch nicht. Ja, bitte ein neues Sofa. Das hat er auch umgesetzt. Also wisst ihr, das ergibt irgendwie alles keinen Sinn. So ein Sofa kann man besorgen, ein Kindergitter aber nicht. Und das ist wirklich so komisch. Und ich weiß, das wird denen auch bestimmt gar nicht gefallen, dass ich, der natürlich noch wesentlich jünger ist als die, sich das hier anguckt und da irgendwie seine Meinung dazu abgibt. Also das wird denen, glaube ich, nicht gefallen. Wie ranzig das einfach war für ein Kind. So. Und lange Rede, kurzer Sinn. Die Oma, dazu möchte ich eigentlich so wenig wie möglich sagen, wir haben kein gutes Verhältnis seit der Trennung, weil sie einfach die Wahrheit irgendwie nicht verkraften kann. Ja, die wird bestimmt ein ganz großer Fan von dem Nichts-als-die-Wahrheit-Podcast. Das sehe ich schon. Nichts-als-die-Wahrheit. Ich denke mir gerade wirklich, soll ich das eigentlich echt hochladen? Soll ich das wirklich machen? Die hat über ein Jahr jetzt mein Kind gar nicht gesehen, gar nicht gehört, nicht mal angerufen, nicht mal zum Geburtstag gratuliert. Mein Sohn kennt ihren Namen nicht und dann soll ich der Oma meinen Sohn geben? Sorry, Leute, das geht nicht. Das habe ich auch übrigens oft gelesen, dass die Leute das triggert. Ich merke das auch, immer wenn sie sagt, mein Sohn, das ist ja, also die müsste ja eigentlich oder sollte eigentlich ja sagen, unser Sohn. Vielleicht macht die das auch nicht mit Absicht. Ich weiß es ja nicht, aber das kommt dann immer so rüber. In manchen Momenten ist es ihr Sohn und in manchen Momenten der von Chris. Dann sagt die, es ist sein Sohn. Also so hat die es ja auch schon gesagt. Und das kommt dann irgendwie immer gar nicht so rüber, als wäre das deren Sohn, sondern immer entweder ihrer oder seiner, aber nicht der gemeinsame. ... Argument, was mir der Chris immer sagt, ja, bring mir den Kleinen, ich nehme den mit zu Dreharbeiten, auf den wird schon aufgepasst. Sinn der Sache ist, dass du dir die Zeit für dein Kind nimmst und nicht, dass er mit der Oma ist oder mit irgendwelchen Produktionsleuten von BeReal oder Reallife oder mit deinen Kumpels, die gar keine Ahnung von Kindern haben. Mein Wunderpunkt ist, Mein Kind sagt abends und manchmal auch tagsüber, morgens, egal wann, Papa hat mich vergessen. Der Papa kommt wieder, das sagt er abends, um sich ein Sicherheitsgefühl zu geben. Leute, wisst ihr, was das mit einem Menschen macht? Es zerreißt mein Herz. Er sagt manchmal morgens, ich möchte, dass der Papa mich abholt. Kommt der Papa mich von der Kita ab? Ja, da würde ich sagen, was das vor allem aber mit dem Kind macht. Ich habe so oft den Papa angerufen und gesagt, kannst du bitte heute kommen und ihn abholen? Nee, vor 14, 15 Uhr schaffe ich das nicht und dann komme ich wieder in den Berufsverkehr und ich muss dann wieder um 19 Uhr zu Hause sein, 20 Uhr. Was sind das für Antworten? Das ist die Wahrheit. Und dagegen kämpfe ich monatelang an und dann kommen noch irgendwelche Leute aus der Öffentlichkeit und sagen, ich entziehe ihm mein Kind. Es ist eine freie Entscheidung, die er getroffen hat. Er ist da in einem Trott drin, aus dem er selber nicht rauskommt, aber vielleicht sogar professionelle Hilfe vielleicht mal gebrauchen könnte, damit ihm mal die Augen geöffnet werden. Natürlich sagt ihm sein Umfeld, die Eva ist die Böse und hier und da und tralala. Ja, na klar, die haben auch gar keine Ahnung von Kindern. Null. Ja, das war es jetzt mal soweit mit der Wahrheit hier. Also zumindest mal von ihrer Sicht. Das war jetzt keine wirklich, also, das hat jetzt nicht Spaß gemacht, den Podcast anzuhören. Da wird übrigens aber nochmal einer mit Serkan kommen. Da geht es bestimmt dann generell ein bisschen mehr auch um The Fifty. Also da werde ich wahrscheinlich auch noch drauf reagieren. Dann haben wir da vielleicht mal ein paar freudigere Themen. Ansonsten gucken wir mal, was Chris dazu sagt. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Und ansonsten sehen wir uns natürlich auch morgen wieder mit dem nächsten Video. Bis dahin. Ich bin wirklich, irgendwie bin ich sprachlos hier nach. Und ciao.